Hallo! Hallo alle! Heute machen wir Rugamo, das besser ist als das, was wir gekauft haben. Ich kann im Detail erklären, von geschmortem Brötchen bis geschmortem Brötchen. Sicherstellen Sie den Erfolg aller auf einmal. 300 Gramm Mehl, 3 Gramm Hefepulver, 3 Gramm Salz, 160 Milliliter warmes Wasser in Mehlflocken mischen, 15 Milliliter Speiseöl hinzufügen, zu einem Teig verkneten, Vermänt bis 1, 5 mal größer. Bereiten Sie ein Stück Schweinefleisch. Nicht schälen. In kleine Stücke schneiden. Den Topf in kaltes Wasser geben und Ingwerscheiben hinzufügen. Wein kochen, desodorieren. 3 Minuten kochen. Entfernen und abtropfen lassen. Den Topf erhitzen, Öl gießen. Gib ein paar Bonbons. Bei geringer Hitze den Steinzucker zu Karamell kochen. Fügen Sie das Fleisch hinzu und braten Sie es, bis es leicht gelb verbrannt ist. Rohe Sojasauce, alte Sojasauce, Kochwein und Salz hinzufügen und gleichmäßig anbraten. Fügen Sie gekochtes Wasser ohne Fleisch hinzu und Sie können mehrere Eier hinzufügen, die im Bohr ausgekocht wurden, um mit Fleisch einzutopfen. Es ist auch sehr lecker. Zum Schluss die Würze von mariniertem Fleisch hinzufügen. Ich schlage alle Zutaten oben auf den Bildschirm. 40 Minuten köcheln. Die Nudeln sind fertig. Kneten, anstrengend. Reiben Sie lange Streifen. In 10 kleine Teigeteilen. Reiben Sie es in eine Form dick in der Mitte und dünn an beiden Enden. Flach rollen. Rollen Sie es von einer Seite auf. Der letzte kleine Schwanz wird unten gedrückt. Zerquetschen. In einem kleinen runden Kuchen einen halben cm dick drücken. Wenn alles vorbei ist. Mit Plastikfolie abdecken und 15 Minuten einwirken lassen. Ich backe diesen Kuchen gerne mit einer elektrischen Kuchenform. Es kann auf beiden Seiten gleichzeitig beheizt werden. Kein Gemälde. Erwärmen Sie es einfach direkt. 3 Minuten auf jeder Seite. Wenn die Oberfläche gelb und reif gebrannt ist, können Sie aus dem Topf herauskommen. Das Fleisch ist fertig. Wow! Es riecht wirklich gut. Nehmen Sie ein paar Stücke heraus und hacken Sie sie in Stücke. Sie können etwas Pfeffer oder Koriander hinzufügen. Dieses Soße eingeweichte Ei schmeckt gut. Besser als Fleisch. Schneide den Kuchen auf. Gib das Fleisch rein. Gießen Sie etwas mehr Sohle. Rougamo ist bereit. Nimm einen Bissen, solange es heiß ist. Knuspriges gedämpftes Fleisch. Ich kann mich wirklich nicht kontrollieren. Das ist alles für das heutige Video. Danke!